Musik Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge. Heute im musikalischen Klassenzimmer. Heute geht es um wechselnde Taktarten. Hey, aufwachen! Müssen wir eigentlich in Musik immer auf vier zählen? Nee, müssen wir nicht. Dann zählen wir doch mal auf drei. Gute Idee, das machen wir. Bis drei zählen, das ist dann ein Dreivierteltakt, oder? Ja. Das ist ja ein Walzer, das ist ein Wiener Walzer vielleicht. Das würde so gehen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fuß, Hand, Hand. Fuß, Hand, Hand. Oder? Fuß, Hand, Hand. Mach doch gleich mit. Fuß, Hand. Läuft. Sehr schön. Das läuft ja prima. Und vielen Dank. Können wir eigentlich auch mal bis zwei zählen? Logisch. Das ist doch ganz einfach. Eins, zwei. Zwei-Vierteltakt, oder? Das geht doch los dann quasi mit dem Fuß. Dann haben wir eins, zwei. 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 Fuß. Und Fuß. Hand. Fuß. Hand. Hand. Fuß. Hand. Fuß. Hand. Fuß. Hand. Fuß. Fuß. Hand. Fuß. Hand. Danke. Auf die Dauer vielleicht ein bisschen langweilig, der Zweivierteltakt. sagt, wir könnten doch den Dreier und den Zweier aneinanderhängen. Das ist ein sehr guter Plan. Aber gar nicht so einfach, oder? Also jetzt überlegen mal, es geht mit dem Dreier los. Also hat man quasi Fuß, Hand, Hand, Fuß. Hand. Fuß. Hand. Hand. Fuß. Und man kann auch zählen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Mach doch mal mit. Eins, zwei. 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 So,spra. Das wars mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018